Ein Jubiläum, wie man es selten findet. 100 Jahre und spielt noch regelmäßig in einem Orchester. Karl Reinelt, ein 100-Jähriger, der ausschaut wie 70. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Reinelt wurde für seine langjährige musikalische Tätigkeit von der Gemeinde Wien der goldene Rathausmann verliehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.